Reicht macht reich. Den brauchen wir nicht. Sagt der Teich. Hab ich gesagt. Reicht, den brauchen wir nicht. Würde ich. Ah, komm. Mal gucken. Eins. Drei. Drei. Ich bin Buggy. Echt, den hatte ich sogar am Anfang. Bin noch nicht ready. Jetzt bin ich ready. Oh. Map kenne ich noch gar nicht. Was ist das denn? Hält auch die Camerade, oder? Nee, kenne ich auch nicht. Kenn ich nicht, diese Map. Wer ist diese Map? Ja, ich fall raus. Nein. Oh, Mann. Du verkackst. Und immer wenn du verkackst, verkack ich auch, ne? Ich mach das Ding. Mach mal kack. Ja, es ist nicht, das ist nicht das Ergebnis, was wir sehen wollen. Eigentlich ganz ehrlich gesagt. Oha, ich bin da runtergefahren. Meiner hat sich einfach fast das Genick gebrochen, Alter. Guck mal. Ja, wahrscheinlich klickt meiner einfach. Ich lande perfekt und er bricht sich einfach alles, ne? Wie viel hat er sich... Schon wieder. Ich lande auf... Mach einen Luller. Ey, ja, ohne Scheiß jetzt. Ich lande perfekt auf den Rädern. Das Ding, der bricht sich einfach alles. Machst du Spaß? Nein. Okay. Was soll das? Ja, was soll das? Wozu bringt mir das? Das bringt mir doch nichts, auf den Rädern zu landen. Ja, egal. Spielst du auch parat jetzt? Nein. Das macht mir wirklich gar keine Schattenfahrung. Dann mache ich ein Minus 10er oder so. Spiel, Alter. Ja, ein Horn ist wieder das schnellste auf Welt. Das schnellste Einholung. Oh. Und das heißt auch, dieses scheiß Galopp-Geräusch. Nein, ich kann es nicht hören. Es ist leer. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bricht mein Motorrad sich nicht die Beine, aber, ey, hier, mein Motorrad, da brechen die Räder kaputt, aber dann ist dein Pferd, dann einfach... Oh, gut aus, wie er in der Luft fliegt. Sein Pferd, sein Pferd, sein Pferd, sein Pferd, wir werden einfach weiter. Weißt, wenn er so wenigstens Krügel hätte? Ich kann nicht mehr. Nee, dann kann ich auch nicht mehr. Dann will ich auch raus, ey. Mir mag nicht mehr. Nein, ich hab schon. Ogo, Ogo, Ogo. Er ist noch da, er ist noch da, er ist noch da. Immer noch? Immer erst noch da. Ja, Mann. Nuller für dich. Nuller. Wichtig. Als wenn du immer auf dem Arsch weiter rennst. Wichtig. Als wenn du auf dem Arsch immer weiter rennst. Hättest du dir so den Nuller gegönnt, sag ich dir, wie es heißt. Nuller. Nulli. Nein, na, du nicht. Ich bin du nicht. Hast du am Anfang auch manchmal, dass du gucken musst, wo bist du jetzt? Ja, die ganze Zeit. Auch so lost, immer beim Rockling. Ich bin auch nicht orange. Das ist aber auch nervig, weil man immer Farben wechseln. Hast du auch Headbutt gegeben? Ja, Mann. Ich auch. Ey, wie muss das Ding ja umkippen, ne? Ich glaube, ich komme nicht rüber. Muss man erst mal ein Kochzähl machen. Und erst mal ein Selfie machen. Werden ganz entspannt darüber. Muss einfach mal an den Rügen machen. Du weißt, es ist dein Kollege, den nicht drauf hat. Das war ganz wichtige Punkte. Das war ein wichtiger Punkt. Jetzt bin ich erst mal ein bisschen weg von dir. So ein Schmutzspiel, ne? Ich wollte es nochmal demonstrieren. Und wenn das eine Ehre ist. Geh nochmal. Es sieht aber auch ein bisschen röchtig. Das Spiel raubt mir meinen letzten Nerv gerade. Wahrscheinlich landen wir beide im Wasser, oder? Die Fans, komm. Oh, bing. Der war gewagt, ne? Das musst du sagen. War gut. War nicht schlecht. Bin die Fans. Wahrscheinlich mal quackst du und ich nicht. Die Fans. Vor allem habe ich mir nämlich vorher von auch immer die... Der hier ist richtig schwer, mal die Beide gebrochen, ne? Boah, schwer zu nehmen. Nein! Nein! Da bin ich! Da bin ich! Erstes Mal Führung. Oh mein Gott, da bin ich! Vor allem die beiden vier Fehler. Ja? Und? Ja! Ich liebe Betonung. Hab dich geholt. Ich führ. Vor allem ist es auch, wenn manchmal so Leute zu reden und dann die falsche Betonung haben. Wann wird es eigentlich ein Level-U-Bahm? Wann wird es eigentlich ein Level-U-Bahm? Ach, Level-Up noch heute nicht mehr. Na, herr wollte ich doch nicht. Like-Casting. Ich glaube jetzt nicht mehr. Like-Casting. Ich glaube, ich kann ja heute nicht schlafen. Also ich werde mir mal Red Bull noch gönnen. Oh mein Gott. Ja, gönne ich dir. Als wenn. Und eine Scheiß, wenn es hier so ein Element gibt. Oh ja? Was jetzt? Wo, wenn ich rauf fahre, du verkackst, würde ich da extra rauf fahren und nicht auf dich warten. Nur damit du verkackst. Verstehen sie das? Und schön wie das. Ja, Mann. Entschuldig. Ich bin extra, extra langsam gemacht. Verkackt. Null. Du kriegst null. Oh, das ist ja so schön gewesen. Wir bauen den Vorsprung aus, Leute. Wir bauen den Vorsprung aus. Jetzt ist er gut drauf. Ist ja auch schlecht. Was? Kann gedrängen beim Multiplayer, okay? Hat der Druck. Kenn ich den Druck. Ich bin damit zu den Druck auf der Pipeline. Kennst du auch den Druck auf der Pipeline? Ja, du. Verstehen sie das? Wahrscheinlich bin ich nicht drin. Aber ich glaube, du bist nicht so gut mit einem Hör, oder? Ich glaube, du bist nur auf Hinterbahn. Guck. Warum ist doch nicht blau? Warum sitzt da ein Puma auf meinem Einhorn? Das ist die Frage mit einer Pistole in der Hand. Das ist ein Puma. Natürlich. Guck doch mal, ist so ein Kätzchen. Ja, das ist ein Kätzchen. Du kannst halt. Ein Puma, sag ich doch. Der von Moki, der? Genau, der. Hallo. Der von... Nein, ich war erst da. Nein, ich war erst da. Nein, da steht doch hier ein Problem im Ersten. Wie hieß das? Hey? Hast du nicht gemacht, oder was? Ich muss auch schnell weichen, ey. Muss ich nochmal einen Hörn nehmen? Selber schon. Weg Mutti nicht auch. Weg nicht. Muss ich nochmal ein... Ein Hörn gegen Kurt wahrscheinlich. Wenn das Sauma auf zwei Beine einfach läuft, das ist ein Viech. Komm, Puma, reit ihn. Määh. Empathische Lache mach ich. Die mach ich immer auf. Wenn ich lache, was bittst du eigentlich von mir? Von dir? Mein Bildschirm. Oh mein Gott, ich war noch drin. Wie? Was? Ich kann auch auf zwei Weilen machen, wie du immer. Mach doch einen Nuller. Mach doch einen Nuller. Mach doch einen Nuller. Habe ich echt überlegt und dann dachte ich so, nö. Wie bist du jetzt eigentlich schon wieder beim Einhorn? Da ist ja eine Golfbahn. Ich dachte, wir spielen können mit Golf. Was? Hast du mal gegolft? Mhm. Ja, und? Damals war ich noch in der vierten Klasse, da war ich ungefähr so groß wie der Schläger. Hey, ich sehe mich doch noch alle, als wenn du so sch... Junge! Was? Was ist mit deinem Einhorn los? Ist das auf Crack oder was? Ich starte neu und ich bin komplett... Stimmi! Hä? Ich starte neu und ich bin komplett aus dem Bild schon. Hey, du hast einen Nuller. Ja, weil ich starte und komplett schon aus dem Bild bin. Uh, du landest und bist so schnell durch, dass wo ich starte, wieder raus bin schon. So ein Dreck. Und dann ist die letzte Runde für mich. Danach spielen wir das andere. Aber ich werde verarscht von Telekom. Statt, dass die mir irgendwie einen Techniker vorbei... Oh, ich bin schon wieder auf dem Bildschirm. Ach komm. Irgendwie auch mit dem Scheiß, ne? Nein, ich bin noch drin. Viel finde ich. Hm. Darf ich noch mal fahren, oder? Nö. Hätte ich noch in der Morgen das, ne? Ja, bist du? Das ist ein Schmutzspiel, ey. Ja, ist so, Christin, die ein Schmutzküchen. Weil der Platz ist erster Verlierer. No Prank. Hä? Ich war doch noch gar nicht aufgekommen. Warum bin ich denn so direkt auf dem Bild? Ich bin noch mal hell vom Mail. Hä, was ist das rote für ein Ding? Oh mein Gott. Ah, ist zu... Ich hab zu den Leuten gesagt, Petweiber ist scheiße. Aber das Fox, fuck, fuck, fuck. Hickfotzen, fu 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 fu. Dieses... Wie bitte? Dieses Foxboot ist auch scheiße, Mann. Wie bitte? Wie war das noch mal? Hickfotzen, fu 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 fu. Nuller an. Nuller an. Nuller an. Zwei Punkte wieder aufgeholt, Mann. Alter, das ist so knapp, ne? Das ist Kopf an Kopf. Ein richtig knappes Höchstchen. Das ist eigentlich nur noch dieser... Weißt du, dieser Faden. Oh, ja geil, ich hab Dings. Kann gut sein für dich jetzt. Deckmutti nicht auf, pssch. Deckmutti. Deckmutti nicht auf. No. Oh, nur Sekofon, mega Bock. Ganz ehrlich, und wenn dann immer noch Sound für mich scheiße ist, ganz neue Akustik mache ich hier in den Raum. Wie viele Punkte im Vorsprung hast du drei, ne? Ja. Das heißt, jetzt werden es nur noch zwei, wenn ich gewinne. Der ist nicht so schwer mit Dings. Mit Mutlora zu machen. Für die Fans. Das ist auch nichts für die Fans, schlicht nicht. Bist du? Das wird man auch nicht belohnt. Nein. Das wär's gewesen, ne? Ja. Wünsch dir einen Fehler. Dankeschön. Ist das schon ein Ziel? Nein. Nein, das gibt's nicht. Oh mein Gott, knapp war jetzt nicht sein können. Scheiße, Mann. Drei Punkte. Wäre ich vorne gewesen, wären es zwei und hätte ich keinen Fehler gemacht. Einer, ne? Hast du heute auch schon gewonnen in dem Spiel? Nein. 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 Nein.